In diesem Film möchte ich Ihnen noch ein paar Tipps geben, was die Formatierung von Diagrammen angeht, was zum Beispiel das Kuchen- beziehungsweise das Tortendiagramm auszeichnet, wie wir ganz schnell die Farbigkeiten verändern können und was es dabei zu beachten gibt. Und wir schauen uns an, wie wir die maximale Angabe nochmal neu einstellen können, wie wir Trendlinien zusätzlich mit hinzufügen und was es denn an Besonderheiten gibt bei dem 3D-Diagramm. Bleiben wir doch gleich mal in der Übersicht der Läufe, in diesem Laufprotokoll. Hier wird also gezeigt, dass es aufwärts geht, aber ganz viel Potenzial ist hier nicht mehr vorhanden bis zu den 10 Kilometern. Das können wir natürlich ändern, denn das gibt mir in dem Fall jetzt das Gefühl, ich habe schon das Maximale erreicht. Das soll es aber nicht werden, denn wenn wir mal auf das Format schauen, auf dem Bereich Achse, können wir im Wert dort die Skalierung natürlich erhöhen. Ich gebe mal die 15 ein, ich klicke in den Hintergrund und schon schaut das ganz anders aus. Und so kann man Diagramme unglaublich gut steuern, je nachdem, wie eben die Daten wirken sollen. Wir haben jetzt hier die Übersicht der Läufe in Kilometer. Dort könnten wir doch gleich mal vielleicht die Trendlinie hinzufügen, damit wir so sehen, wohin geht der Trend. Das heißt, ich klicke noch einmal hier drauf und in den Datenreihen haben wir den Bereich Trendlinien. Wenn ich dort mal auf Linear klicke, sehe ich also, der Trend geht aufwärts. Das schaut gut aus. Und wenn ich mich mal hineinzoome, dann sehe ich aber, dass das noch die alte Formatierung ist. Das heißt, die orange Trendlinie, die ist farblich in Ordnung, aber wenn ich mal auf die graue gucke, dann kann ich die natürlich auch anpassen. Und neben dem Diagramm habe ich jetzt die Abteilung Trendlinie bekommen und dort kann ich noch mehrere Effekte hinzufügen, wie wir das zum Beispiel Blau in den einzelnen Säulen tun können. Ich sehe gleich den Linieneffekt und dort wähle ich mir das Blau aus und schon passt das viel besser zu meinen Säulen. Ich zoome mich noch einmal heraus und in dem Fall möchte ich jetzt nicht auf die Kilometeranzahl eingehen, sondern ich möchte einen Vergleich sehen im Tempo. Dafür lege ich mir ein neues Diagramm an und ich bleibe auch da bei den Säulen. Ich ziehe das Ganze auf die rechte Seite, neben mein anderes Diagramm. Ich ziehe das ein bisschen weiter nach unten und in der Abteilung Diagramm gehe ich mal in die Diagrammstile und passe mir das automatisch an mein vorgefertigtes Layout an und füge jetzt die Diagrammdaten hinzu. Dort gebe ich also das Tempo ein, einmal mein Tempo, einmal das von meinem Kollegen und dann sehe ich, dass hier nicht wirklich viel passiert. Es ist relativ gleichmäßig. Ich klicke auf Fertig und kann natürlich jetzt hier mir ebenfalls mal die Trendlinie anzeigen lassen. Ich zoome mich extra mal etwas hinein, gehe also auf die Datenreihen, auf die Trendlinie und klicke das Ganze an. Ich müsste jetzt hier wieder die Trendlinie von Grau in Blau umändern, aber was jetzt hier der entscheidende Punkt ist, ist, dass ich eigentlich eine Trendlinie angezeigt bekomme, die für mich negativ wirkt, weil es nämlich bergab geht. Aber wenn man sich die Daten anschaut, dann zeigt es mir ja an, wenn die Säule niedriger ist, dass der Läufer schneller war. In solchen Fällen auch wirklich aufpassen, wie man Trendlinien verwendet, denn dort bekomme ich eher ein negatives Gefühl, es geht bergab, obwohl eigentlich die Geschwindigkeit ja beschleunigt wird und deswegen die Säulen eben nicht ganz so hoch sind. Wie schaut das Ganze in einem 3D-Diagramm aus? Das können wir jederzeit natürlich umändern im Diagrammtypen. Ich gehe dafür erstmal auf die Trendlinie zurück und deaktiviere diese. Das kann ich jetzt einzeln tun, aber ich möchte in dem Fall beide nicht mehr anzeigen lassen und gehe zurück auf das Diagramm und scrolle mich mal ganz nach unten in den Diagrammtypen. Und dort gehe ich auf die 3D-Säulen. Dann schaut das schon viel räumlicher aus. Ich habe ja die Möglichkeit, mit dem Button hier das Ganze auch nochmal neu anzulegen oder im Bereich 3D-Szene, was nur für die 3D-Diagramme zur Verfügung steht, zum Beispiel die Diagrammtiefe noch einmal zu steuern. Dadurch, dass das jetzt wieder grau und nicht blau erscheint, klicke ich einfach auf diese Säule drauf. Das kann man genauso wie auch bei den 2D-Diagrammen separat steuern und zwar in dem Bereich Stil und dort wähle ich mir einfach das Blau aus. Gehe ich vielleicht auf dieses Blau und dann ist das Licht aber jetzt nicht ganz so schön. Das heißt, ich klicke zurück auf das Diagramm und kann sogar die Beleuchtungsart wechseln, um das Ganze jetzt hier vielleicht auch glänzend zu erscheinen. Das ist aber ganz unschön. Ich klicke mal auf den Standard zurück und kann das Ganze natürlich jetzt hier noch einmal komplett verändern oder wenn ich noch einmal in die 3D-Szene reinschaue, kann ich das in Zylinder umändern. Wir schauen aber jetzt mal auf eine andere Diagrammvariante und zwar auf das Kuchen bzw. das Tortendiagramm und wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir hier sehr ähnliche Farbwerte und ich kann nicht wirklich erkennen, welcher Wert jetzt für was steht. Wenn ich das anwähle und mal nach unten schaue, dann sehe ich hier bestimmte Dinge markiert, aber ich sehe nicht wirklich, wozu gehört das jetzt? Ist das das Auto, Arzt oder sind das die Ausgaben für den Urlaub? Wenn ich jetzt auf die Datenreferenzen klicke und mich mal nach unten navigiere, dann sehe ich es dunkel markiert. Also da geht es um die Arztausgaben. Wenn ich die jetzt vielleicht gar nicht mit dabei haben möchte, dann klicke ich die an und drücke einfach die Löschtaste und damit wird das hier rausgenommen und aus dem Kuchendiagramm automatisch entfernt. Ich kann also einzelne Bereiche einfach wieder herausnehmen. Jetzt sind trotzdem noch drei sehr ähnlich wirkende Farben dabei. Die passe ich noch an. Dafür gehe ich als allererstes noch einmal auf Fertig, denn die Diagrammdaten habe ich jetzt angepasst und wenn ich mir das Format einblenden lasse und auf das Diagramm gehe, kann ich ja die Diagrammfarben hierüber ändern. Aber ich möchte die zum Beispiel nur für diesen Sektor ändern. Dann bekomme ich zum einen eine extra Spalte für den Keil. Das heißt, ich kann diesen Keil ganz unabhängig von allen anderen bearbeiten und ich bekomme natürlich noch einmal die Möglichkeit, den Stil zu verändern. Und dort könnte ich jetzt eine andere Farbe auswählen, aber ich rufe mir extra mal die Farbkugel auf und dann gehe ich einfach dort etwas weiter nach unten. Dann wird es zwar nicht mehr ganz so schön gesättigt, aber es gibt den Unterschied zu den anderen. Wenn ich jetzt auf einen weiteren Keil klicke und die Farbe verändere, sieht man, was passiert. Es wird hier automatisch immer der Text angepasst. Ich gehe den Schritt noch einmal zurück. Das heißt, wenn ich nur diesen Keil anpassen möchte, muss ich also wieder im Bereich des Stils auf die Farbkugel klicken, dann wird mir das aktualisiert und dann kann ich nur diese Farbe noch einmal steuern. Ich klicke auf diese Farbe und noch einmal auf die Farbkugel und das gehe ich auch ein bisschen dunkler und vielleicht nehme ich das Ganze mal direkt in diesen Bereich. Und schon haben sich die Farben geändert. Ich kann das besser sehen. Wenn ich trotzdem noch einmal mehr Fokus auf einen Keil legen möchte, dann klicke ich den einfach an und mit gedrückter Maustaste ziehe ich mir den raus. So kann ich einzelne Bereiche noch einmal hervorheben. Mit diesen Beispielen sieht man, wie unterschiedlich Daten wirken können, je nachdem, was man denn für Diagramme verwendet und vor allem, wenn man denn so etwas wie mit Trendlinien arbeitet, dass man immer darauf achtet, dass das Ganze auch seine richtige Wirkung hat. Die Farbkugel